Der Lech ist ein beeindruckender Gebirgsfluss, wie ein Fluss im hohen Norden, inmitten Europas liegend. Ein Miteinander von Mensch und Natur, aber er ist an vielen Stellen verbaut. Er hat sich über die Jahrzehnte stark verändert und viel von seiner Natürlichkeit verloren. Ziel des LIFE-Projekts, dem Fluss wieder mehr Gestaltungsraum zurückzugeben. Mehr Platz für neue Schotterbänke, Seitenarme, kleine Gewässer, Auwälder. Mehr Platz für Spezialisten des Flusses, wie Steinkrebse, Flussuferläufer und Regenpfeifer, Schnarrschrecken, Zwergrohrkolben und den Menschen. Um das Ziel von LIFE-Lech zu verstehen, muss der Fluss als Ganzes ähnlich einem Organismus gesehen werden. Das bedeutet auch, dass an verschiedenen Stellen des Lechs künstlich Geschaffenes und Entstandenes weichen muss, um dem Fluss Raum zurückzugeben. Der Fluss verändert sich ständig durch Abtrag und Anlandung von Kies und Schotter aufgrund von Erosionen und Ablagerungen. Es entsteht ein Labyrinth an kleinen Schotterinseln und Gewässerläufen. Spezialisten wie Flussuferläufer oder Flussregenpfeifer sind an die sich ständig ändernde Flusslandschaft angepasst. Diese Bodenbrüter brauchen die Hochwässer, sie halten die Landschaft offen und schaffen ständig Neues. Am Rand der Überflutungsflächen bilden sich Sandbänke, die regelmäßig durchfeuchtet werden. Sie sind die Wiege der Zwergrohrkolben und Tamarisken. In Tirol bis hin zum deutschen Grenzbereich befinden sich auf weiten Strecken immer noch naturnahe Flussbereiche. Durch das Projekt LIFE LECH können hier Lebensbedingungen geschaffen werden, die für die hochspezialisierten und gefährdeten Arten notwendig sind. Zeitung. Das war die Zwergeräusche. Zeitung. Zeitung. Vielen Dank.